. Ja, das muss man mal so sagen. Die Dings und ich, die Viltut und ich, wir sind glücklich. Ja, ja. Ja, natürlich. Nicht, dass ich jetzt denke, wir könnten uns nicht leiden. Nein, nein, nein. Gerade, wo sich das Fest der Liebe mit so großen Schritten nähert. Erst recht, jetzt erst recht. Da gibt es eine Harmonie zwischen uns. Wir machen auch alles gemeinsam. Nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Alles gemeinsam. Wann die Hiltrud raus muss ein Rappelchen machen, geh ich mit. Geh der mit. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass die Hiltrud und ich immer die gleichen Gedanken haben. Ja, das kann man so sagen. Eigentlich denken wir auch immer selber. Denkst du jetzt auch gerade das Gleiche wie ich? Ich denke mal schon. Ja. Dann mach mir auch eins, aber mit viel Butter drauf. Comedy aus Hessen? Ja, Comedy.